Am Anfang steht das Wort des deutschen Philosophen, Philologen und preußischen Staatsmanns Wilhelm von Humboldt. Ein Volk, das keine Vergangenheit haben will, verdient auch keine Zukunft. Als sich am 18. Januar 1971 der Tag der Gründung des Deutschen Reiches zum 100. Mal jährte, Willy Brandt war damals Bundeskanzler, erfreute die Deutsche Bundespost, geführt vom Sozialdemokraten Georg Leber, die fehlerte Listen mit dieser 30 Pfennigbriefmarke. Und am Ende des Jahres brachte das vom SPD-Minister Schiller geführte Finanzministerium eine 5-Mark-Münze in die Zirkulation, die ebenfalls an diesen geschichtsträchtigen Tag erinnern sollte. Aber wenn sich am 18. Januar 2021 dieser Reichsgründungstag zum 150. Mal jährt, übt sich das offizielle Berlin, folgend der in der DDR geübten Praxis bei diesem Ereignis, in lautes Schweigen. Dabei ist die Bundesrepublik Deutschland der legitime Urenkel des Deutschen Reiches. Das war nach Ende des Zweiten Weltkrieges noch eine umstrittene Frage. Dann aber, am 21. Dezember 1972, gab das Bundesverfassungsgericht eine klare Antwort. Hier der offizielle Wortlaut. Das Grundgesetz geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist. Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert. Die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat Deutsches Reich, in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings teilidentisch. Nachdem dann, am 3. Oktober 1990, die DDR zur Bundesrepublik Deutschland beigetreten war, erweiterte sich das Territorium der Bundesrepublik um das Gebiet der neuen Bundesländer. Am Fortbestand des Deutschen Reiches in der Gestalt der Bundesrepublik Deutschland ändert sich durch den Beitritt nichts. Es wäre jetzt aber aus mehreren Gründen falsch, die diesem Reich vorangegangen oder gefolgten Staaten, die in irgendeiner Weise etwas mit Deutschland zu tun hatten, zusammenzuzählen und das jetzige Deutschland als das Vierte Reich zu bezeichnen. So, wie es eine der italienischen Berlusconi-Zeichnungen getan hat, um auf Deutschlands angebliches Hegemonialbestreben innerhalb der EU zu warnen. Dabei haben die Redakteure auch übersehen, dass die frühe EU, die 1957 gegründete Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, kurz EWG, bestehend aus den Ländern Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien, die Niederlande und Westdeutschland, in umfangreichen Teilen sehr viel mehr dem Heiligen Römischen Reich Karls des Großen ähnelte. Also ist jeder Vergleich des jetzigen Deutschlands mit einem Vierten Reich Hanebüchner Unsinn. Aber wie war das mit dem Dritten Reich? Nun, offiziell gab es nie ein Drittes Reich. Dieser Begriff für einen zukünftigen Staat war 1923 von dem Kulturhistoriker Arthur Möller von den Bruck in seinem Die Parteienlandschaft kritisch beleuchtendes Buch »Das Dritte Reich« verwendet worden. Möller, von dem Sätze stammen wie »Politik lässt sich rückgängig machen, Geschichte nicht«, hatte als erstes Reich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, als zweites das Deutsche Kaiserreich gekennzeichnet, dessen Gründung vor 150 Jahren Inhalt dieser Betrachtung ist. Dieses zweite Reich allerdings hatte er nur als Zwischenreich bezeichnet. Das zukünftige Dritte Reich sollte »Das Reich der großdeutschen Einigung« und »Das Reich der innergesellschaftlichen Befriedigung« sein, »Das Reich der Erfüllung der deutschen Werte«. Zitat Ende. Was allerdings die Nationalsozialisten über den Staatsbegriff »Drittes Reich« dachten, zeigt dessen Verbot der Verwendung durch das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Josef Goebbels im Juli 1939. Aber natürlich gab es ein zweites und logischerweise damit auch ein erstes Reich. Letzteres, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war ein politisches Gebilde, das mit der Kaiserkrönung Ottos I. am 2. Februar 962 in Rom begonnen hatte. Jahrhunderte später, wie hier um 1400 oder wie fast 400 Jahre später, am Vorabend der Französischen Revolution 1789, bestand Deutschland aus einem Flickenteppich unzähliger kleiner und kleinster Staaten, die eifersüchtig ihre Souveränität verteidigten. Dass diese Kleinstaaterei durchaus im Sinne des immer konkurrierenden Nachbarn Frankreichs lag, muss nicht betont werden. Das Heilige Römische Reich fand am 6. August 1806 mit der Abdankung des letzten Kaisers des Habsburgers Franz II. sein Ende. Dem vorangegangen waren Ultimaten und Drohungen des siegreichen Napoleons I., der kompromisslos, teilweise brutal, französische Interessen in Europa durchgesetzt hatte. Dazu kam die im Juli stattgefundene Etablierung des Rheinbundes, das militärische Bündnis deutscher Staaten mit Frankreich, bei dem die Deutschen allerdings nicht viel zu sagen hatten. Nachdem dann 1812 Europa unter französischer Vorherrschaft stand, durften die Rheinbundstaaten zur Belohnung für ihre Abkehr vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation im Angriffskrieg Napoleons gegen Russland 1812 die Mehrzahl der Soldaten in der Grande Armee stellen. Hier die Zahlen. Der Rheinbund mit rund 120.000 Soldaten, darunter mehr als 30.000 Mann aus dem Königreich Bayern, über 27.000 Mann des Königreichs Westfalen und 20.000 Sachsen, Österreich stellte 30.000 Mann und Preußen musste mit 20.000 Mann beinahe die Hälfte seiner Armee aufbieten. Nur ein Bruchteil dieser Soldaten hat diesen am Ende für Russland siegreichen Krieg überlebt. Aber auch der Rheinbund fand kein rühmliches Ende. Im Oktober 1813, nach der Völkerschlacht bei Leipzig, welche die Entscheidungsschlacht während der Befreiungskriege gegen die französische Vorherrschaft unter Napoleon darstellt, löste er sich auf. 1815 wurde der machthungrige und skrupellose französische Diktator und Krieg sei Napoleon in der Schlacht bei Waterloo, die in Deutschland auch Schlacht bei Belle Allianz genannt wurde, von den alliierten Truppen Preußens, des Vereinigten Königreichs, der Niederlande, Hannover-Braunschweig und des Kontingents des Herzogtums Nassau geschlagen. Auf dem Wiesbanner Luisenplatz steht, im Hintergrund rechts, das Erinnerungsdenkmal dazu. Davor das Denkmal für das Nassauische Feldadlerieregiment Nummer 27 Oranien, in dem der Autor der Komödie, der Hauptmann von Köpenick, Karl Zuckmeier, im Ersten Weltkrieg gedient hatte. Wie tief diese Niederlage bei Waterloo aber auch heute noch am französischen Selbstbewusstsein zehrt, zeigt folgende Episode. Zur 200. Wiederkehr der Schlacht im Jahre 2015 prägte Belgien 180.000 dieser 2-Euro-Münzen, musste sie aber auf ein Veto des französischen Wirtschaftsministeriums, damals geführt vom jetzigen Präsidenten Frankreichs Emmanuel Macron, wieder anschmelzen. Nach Napoleons Verbannung auf die Insel St. Helena kam es im Zuge des Wiener Kongresses, der die Neuordnung des von Frankreich stark veränderten europäischen Machtgefüges zum Inhalt hatte, im Jahr 1815 zur Bildung des Deutschen Bundes. Dieser aus 41 Staaten bestehende Bund, darunter Österreich, die Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover und Württemberg sowie zahlreiche deutsche Herzogtümer, existierte bis zu der Niederlage Österreichs, während des sogenannten Deutschen Krieges, am 3. Juli 1866 bei dem böhmischen König Räts. Vorangegangen war ein politischer Machtkampf zwischen Preußen und Österreich, ob das Habsburger Reich seine Vormachtstellung im Deutschen Bund beibehalten könnte oder ob Preußen diese Stellung übernimmt. Kurz, es ging um die Frage, Kleindeutsch oder mit Österreich Großdeutsch? Einen Monat nach König Räts im August 1866 folgte dem Deutschen Bund der Norddeutsche Bund. In diesem Bundesstaat waren alle deutschen Staaten nördlich der Mainlinie unter preußischer Führung vereint. Damit hatte Preußen sein Ziel zunächst erreicht, die Kleindeutsche Lösung unter seiner Führung unter gleichzeitigem Ausschluss Österreichs zu etablieren. Sie bildete die Vorstufe zu der 1871 erfolgten Reichsgründung. Die Verfassung des Norddeutschen Bundes entsprach bereits weitestgehend der Verfassung des Kaiserreiches, des Zweiten Reiches von 1871. Doch bis dahin musste noch ein Krieg geführt werden. Frankreich unter seinem Kaiser Napoleon III. empfand die Erinnerung an die Niederlage des napoleonischen Kaiserreiches und die territorialen Verluste 1814-15 noch immer als schwere Demütigung. Wegen Streitigkeiten mit Preußen um die spanische Thronkandidatur des Prinzen Leopold von Hohenzollern-Siegmaringen erklärte es am 18. Juli 1870 dem Norddeutschen Bund den Krieg. Dabei schwang in Frankreich die Hoffnung mit, dass, wie bereits 1806 geschehen, namentlich die mit Preußen konkurrierenden Südstaaten, im Bild in orange angezeigt, ihre im Norddeutschen Bund vereinbarten Bündnispflichten nicht erfüllen, günstigenfalls sogar auf Seiten Frankreichs kämpfen würden. In der Tat gab es in den betroffenen Staaten Diskussionen, ob man an der Seite Preußens den Kampf gegen Frankreich aufnehmen solle, wie hier am 16. August 1870 in der Schlacht bei Mars Latour. Aber die in ihren Augen zu weitgehenden aggressiven Forderungen Frankreichs gegenüber Preußen führte zu einem schnellen Entschluss aller Beteiligter zur Beteiligung an vom 19. Juli 1870 bis zum 10. Mai 1871 dauernden dritten und letzten der drei sogenannten Einigungskriege. Nachdem dieser Feldzug von den alliierten deutschen Staaten gewonnen worden war, wurde die Forderung nach der Vereinigung aller deutschen Stämme immer lauter und führte schließlich zur Reichsgründung. Zuvor war während der am 2. September 1870 für Frankreich verloren gegangene Schlacht bei Sedan, Kaiser Napoleon III. hier am gleichen Tag im Gespräch mit Reichskanzler Otto von Bismarck gefangen genommen worden. Danach hatte Frankreich unter Innenminister Gambetta den Krieg mit der Aufstellung von Massenheeren und dem Aufruf zu einem Guerre-aux-Trans, einem Krieg bis zum Äußersten, noch einmal verschärft. Allerdings vergeblich. Mit dem Fall von Paris und der anschließenden Kapitulation am 10. Mai endete faktisch das Zweite Französische Kaiserreich. Es folgte die Dritte Französische Republik. Das am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles bei Paris gegründete Deutsche Reich umfasste 25 Bundesstaaten, darunter die Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg, sowie die drei republikanisch verfassten Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck, sowie das Reichsland Elsass-Lothringen. Die Nationalflagge war schwarz-weiß-rot. In den 47 Jahren seines Bestehens sah das Reich drei Kaiser, die immer das Königreich Preußen stellte. Von 1871 bis 1888 regierte der über alle Parteigrenzen hinweg hochgeschätzte und populäre Wilhelm I., gefolgt von dem wegen seines frühen Todes nach nur 99 Tagen auch als Kaiser der 99 Tage bezeichneten Friedrich III., die liberale Hoffnung Preußens, dem wiederum der erst 29 Jahre alte Wilhelm II. folgte, der seine politische Unreife mit markigen Sprüchen kaschierte, bald nur noch von Ja-Sagern umgeben war und am Ende von der Geschichte gewogen und als zu leicht befunden wurde. Am 9. November 1918 mit der Ausrufung der mit einem rein sozialistischen Programm angetretenen Republik durch den Mehrheitssozialisten Philipp Scheidemann sowie der vorangegangenen Flucht des Kaisers nach Holland und anschließender Abdankung fand das Zweite Deutsche Reich ein würdeloses Ende. Ihm folgte nach wochenlangen Revolutionswirren und bürgerkriegsähnlichen Kämpfen sowie nach der am 19. Januar 1919 stattgefundenen Wahl zur Nationalversammlung und der Gründung der Weimarer Republik Die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland mit in der Verfassung verankerten liberalen und sozialen Grundrechten. Hier am 13. Februar 1919 die erste Weimarer Koalitionsregierung unter Philipp Scheidemann. Allerdings litt diese Demokratie vom ersten Tag an unter fast unlösbaren innenpolitischen Problemen. Auf einen Nenner gebracht kann man sagen, dass es nach den jahrhundertelangen Monarchien in Deutschland schlicht an Demokraten in der Demokratie mangelte und es auch nicht genug Republikaner für die Republik gab. Was nun die Verfassung der Weimarer Republik betraf, so bestand sie seit ihrem Inkrafttreten am 11. August 1919 der Jure bis zu der vom Greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg am 28. Februar 1933 verkündeten Verordnung zum Schutz von Volk und Staat und das von Hitler am 24. März 1933 verkündeten Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, kurz Ermächtigungsgesetz. Darin wurden große Teile von ihr durch diktatorische Maßnahmen außer Kraft gesetzt. Das Deutschland mit dem verbrecherischen NS-System, das bis zu seinem Zusammenbruch offiziell Deutsches Reich hieß und nach dem sogenannten Anschluss Österreichs ab 1938 teilweise den Namen Großdeutsches Reich verwendete, endete am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Gesamtkapitulation aller Wehrmachtteile. Nach dieser für das Deutsche Reich vernichtenden Niederlage begann die Besatzungszeit. Die einzelnen Siegermächte übernahmen die Hoheit über Deutschland und teilten es in Besatzungszonen auf, beziehungsweise stellten sie, wie bei den deutschen Ostgebieten, einstweilen unter sowjetische, beziehungsweise polnische Verwaltung. Nach der Entfremdung der ehemaligen Verbündeten gegen Nazi-Deutschland, in dessen Verlauf es zum sogenannten Eisernen Vorhang und dem Beginn des sogenannten Kalten Krieges kam, entwickeln sich in den nächsten vier Jahren auf beiden Seiten dieses Vorhangs zwei deutsche Staaten, allerdings mit völlig unterschiedlichen Weltanschauungen. Die mit Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 entstandene und sich an die USA gebundene, teilsouveräne Bundesrepublik Deutschland, genannt auch Westdeutschland, und die im selben Jahr am 7. Oktober ins Leben gerufene, die an die UdSSR gebundene, ebenso nur teilsouveräne Deutsche Demokratische Republik, kurz Ostdeutschland. 41 Jahre wehrte diese Teilung, dann im Zuge der von Bürgern der DDR ausgehende friedliche Revolution sowie dem Einverständnis der beiden Supermächte USA unter ihrem Präsidenten George Bush Senior und der UdSSR unter Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, kam es am 3. Oktober 1990 zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten zur Bundesrepublik Deutschland. Was allerdings die beiden anderen sogenannten Siegermächte von 1945 betraf, Frankreich und Großbritannien, war ihnen diese Vereinigung ein ausgesprochenes Ärgernis. Beide Länder, der alten Bundesrepublik verbunden in der NATO und der Europäischen Wirtschaftsunion, EWG, versuchten alles, die Vereinigung zu verhindern. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher als wohl entschiedenste Gegnerin lehnte sich strikt ab. Sie sah die Gefahr eines Deutschlands, dass Profit aus dem Zusammenbruch des Ostblocks ziehen und Europa als Hegemon dominieren würde und ließ nichts unversucht, auch mit Zustimmung des französischen Präsidenten François Métran, die Vereinigungsentwicklungen aufzuhalten. Thatcher, die nach eigener Aussage erklärte, sie habe sich ihr Deutschlandbild im Wesentlichen bis 1942 gebildet und es hätte sich seitdem wenig geändert, ließ am 24. März 1990 auf dem Landsitz Checkers eine vertrauliche Tagung mit sogenannten Deutschland-Experten durchführen. Die Veröffentlichung des Tagungsmemorandums einen Tag später passte perfekt in das Weltbild der auch eisernen Lady genannten Thatcher. Hier mit Helmut Kohl. die allerdings unübersehbar eine herzliche Abneigung verbannt. Die Deutschland-Experten waren mit Blick auf die Merkmale und das von ihnen vorausgesehene zukünftige Verhalten eines wiedervereinigten Deutschlands zu folgendem Ergebnis gelangt. Ein beständiger deutscher Nationalcharakter und seine Merkmale sein. Ich zitiere Fehlendes Einfügungsvermögen »Starke Tendenz zu Selbstmitleid«, »Einschmeichelei«, »Angst, Aggressivität, Rechthaberei, Drangsalierung, Egoismus, Minderwertigkeitskomplex, Sentimentalität, Neigung zum Exzess, zur Übertreibung und Maßlosigkeit«, sowie zur Fehleinschätzung eigener Kräfte und Fähigkeiten. Thatchers Befürchtungen vor dem Machtzuwachs des wiedervereinigten Deutschlands nahm solche Formen an, dass sie im Februar 1990 in einem Telefonat dem verblüfften US-Präsidenten Bush vorschlug, man solle die Sowjetunion als ein essentielles Gegengewicht zur deutschen Macht in Europa benutzen. Wer jetzt allerdings glaubt, unser Nachbar im Westen, Frankreich, unter seinem damaligen Staatspräsidenten François Mitterrand, hätte der deutschen Vereinigung gegenüber freundlicher gestanden, wird enttäuscht sein. In den seit 2009 geöffneten diplomatischen Archiven aus dem Jahr 1989 wird Mitterrands Haltung gegenüber Deutschland trotz aller verbalen Freundschaftsbekundungen klar. So hat er sogar gegenüber seiner Verbündeten Margaret Thatcher Bundeskanzler Helmut Kohl in die Nähe Adolf Hitlers gerückt und behauptet, Deutschland habe nie seine wahren Grenzen gefunden. Der plötzliche mentale Schock einer möglichen Wiedervereinigung haben die Deutschen wieder zu den alten, schlechten Deutschen gemacht. Allerdings hat Mitterrand anders als Margaret Thatcher in der Öffentlichkeit den groben Keil vermieden. Aber seine privaten Einlassungen auf das Recht der Deutschen zur Vereinigung der beiden Staaten waren in Wirklichkeit viel radikaler als die von ihm öffentlich gemachten, doppelzüngigen und politisch geschickten Redensarten. Auch wenn Deutschland heute freundlicher agiert als Hitler, wollen wir diese Wiedervereinigung mit allen Mitteln verhindern. Wir müssen brutal vorgehen. Die Deutschen wollen das alles nicht. Gemeint war die Oder-Neiße-Linie. Diese Aussage stammt aus einem Gespräch mit dem umstrittenen polnischen General Jaroselski, hier links im Bild mit dem rumänischen Diktator Ceaușescu. Schließlich wird berichtet, dass sich Mitterrand Zitat erst widerwillig fügte, als Briten und Russen grünes Licht gegeben hatten. Zitat Ende. Aber trotz des stürmischen Gegenwindes dieser beiden sogenannten Verbündeten und Partner gelang das noch ein paar Jahre vorher undenkbarer. Die friedliche Vereinigung der Deutschen Demokratischen Republik mit der Bundesrepublik Deutschland. Aber manchmal wünscht man sich von Deutschland jetzt wieder mit 16 Bundesländern und rund 83 Millionen Einwohnern etwas mehr Souveränität im Umgang mit der eigenen Geschichte. Die begann wie gehört im Jahr 962 mit dem Heiligen Römischen Reich und erlebte nach dessen Ende vor 150 Jahren am 18. Januar 1871 die Gründung des Deutschen Reiches. Eine öffentliche Würdigung dieses Tages wurde auch von allen demokratischen Parteien der Weimarer Republik begangen. Deren Enkel sollten daher nicht immer nur auf ihre aktuellen Taten blicken, sondern manchmal innehalten und den Worten von Papst Franziskus in seiner 2015 vor Regierungsvertretern in Paraguay gehaltenen Rede vertrauen. Ein Volk, das seine Vergangenheit, seine Geschichte, seine Wurzeln vergisst, hat keine Zukunft. Es ist ein verdorrtes Volk.